Seit Beginn des russischen Militäreinsatzes in Syrien hat es mehrfach Zwischenfälle an der syrisch-türkischen Grenze gegeben. Im Oktober drangen bereits zweimal russische Kampfjets in den türkischen Luftraum ein, woraufhin Ankara den russischen Botschafter einbestellte. Heute ein ähnlicher Vorfall und dieses Mal reagierte die Türkei mit militärischer Härte. Sie schießt ein russisches Kampfflugzeug ab, das den türkischen Luftraum verletzt und mehrfach Warnungen ignoriert haben soll. Am Nachmittag will die NATO in einer Sondersitzung über den Vorfall beraten. Um 9.20 Uhr dringt ein russisches Kampfflugzeug in türkischen Luftraum ein. Dann warnt die türkische Luftwaffe den Eindringling zehnmal. Kurze Zeit später wird er abgeschossen. Auf einer Karte, die der Generalstab veröffentlicht, soll zu erkennen sein, wo die Luftraumverletzung stattgefunden hat. Soweit die türkische Darstellung. Aus Moskau heißt es, der Jet habe keine Grenzverletzung begangen. Die Piloten werden mit dem Schleudersitz aus dem Flugzeug katapultiert. Kurz nach dem Abschuss suchen russische Hubschrauber nach den Piloten. Nur einer soll überlebt haben. Bei dem Jet handelt es sich um einen russischen Jagdbomber vom Typ SU-24, den sowohl die russischen als auch die syrischen Streitkräfte einsetzen. Es ist nicht der erste Zwischenfall im syrisch-türkischen Grenzgebiet, aber ein sehr ernster. Ministerpräsident Davutoglu verteidigte den Abschuss. Es ist unser internationales Recht und unsere nationale Aufgabe, jegliche Maßnahmen gegen die zu treffen, die unser Hoheitsgebiet zu Land und in der Luft verletzen. Welche Auswirkungen der Abschuss auf die Bildung einer Koalition gegen die Terrororganisation islamischer Staat hat, ist noch unklar. Morgen wird Russlands Außenminister Lavrov zu einem längst geplanten Besuch in der Türkei erwartet. Birgit Vörnig in Moskau. Inzwischen hat sich auch Russlands Präsident Putin zu Wort gemeldet. Was sagt denn er zum Abschuss des Kampfjets? Ja, er hat sich in Sochi zu Wort gemeldet und nannte es einen Dolchstoß in den Rücken. Ungewöhnlich, unverständlich, wie er meinte, unter Verbündeten gegen den IS. Er nannte dieses, sei durch Helfershelfer der Islamisten geschehen und wies noch einmal darauf hin, dass er an einer gemeinsamen Aktion gegen den IS weiterhin festhalte. Und das Verteidigungsministerium hat genau wie er den ganzen Tag über auf der Darstellung beharrt, dass dieser Jet, dieser SU-24, nicht den syrischen Luftraum verlassen habe und somit auch den türkischen gar nicht verletzt habe. Daran hält man hier in Russland also weiterhin fest. Es ist aber jetzt nicht das erste Mal. Anfang Oktober gab es bereits einen ähnlichen Zwischenfall. Damals räumte Russland einen Navigationsfehler ein. Dann in der letzten Woche, am Freitag, wurde der russische Botschafter einbestellt, weil sich die Turkmen beschwert haben, dass die Angriffe der Russen auch ihnen großen Schaden zugefügt habe. Also das Ganze ist sehr angespannt sowieso schon. Ja, für diese Information, Birgit Fürnig, vielen Dank nach Moskau. Ja. Ja.